willkommen zu einer folge clash of clans mit mir dem torsten ja heute mal wieder mit facecam weil ja immer genug gemeckert haben oder meckern tun aber leute auch wenn ich mal nicht mit facecam aufsetzen mein face ist immer vor der kamera nur die kamera ist nicht immer aktiv in meinen szenen aber warum geht es heute es geht eigentlich um den event pass es geht eigentlich um den event pass pain also zahlen oder oder spielen im moment ich habe jetzt mal zwei tage eine spielpause hier gemacht ich habe spiel wirklich so gut wie gar nicht angefasst ich habe nur einmal kurz in das event in das event hier reingeschaut und mehr habe ich gar nicht gemacht wir deutschen das mal eben ein im deutschen soll es das ja auch schon geben und da weiß ich allerdings im moment nicht ob es jetzt spiele oder ob es jetzt ob es jetzt eher am ende wieder kaufe oder was heißt wieder kauf ich habe schon mal gekauft mit etwas kleineren accounts habe ich das ding hier schon geholt und beziehungsweise die die nicht ganz durch gespielt haben dann habe ich den rest halt reingepayt aber wenn ich jetzt payen würde habe ich ausgerechnet wären das 1710 gems für den kleinen pass der geht ja nur bis 10.000 erst mal und allerdings hat man dann natürlich nicht die ganzen schönen ärzte also man hat natürlich man kriegt natürlich ein bisschen erz hier ein bisschen erz da und aber da oben die zusätzlichen ärzte ich weiß nicht ob es das wert ist aber wenn man das sicherlich zusammenrechnet sage ich mal und später dann auch noch hier in den shop umsetzt was das ganze an mit juwelen kosten könnte dann kann ich mir schon vorstellen kommt man ich weiß nicht fast auf selbe geld raus oder aber es geht einem dann halt an der stelle verloren später wird sie wahrscheinlich wieder für 1500 irgendwo im im shop geben und das ist die super truppe ich habe glaube ich ja ich habe eigentlich mit dem account hier alle immer erspielt aber mit den anderen accounts habe ich sie teilweise gegeben beziehungsweise hier im store dann dementsprechend einfach durchgekauft weil ich da irgendwo bei 6 7.000 war dann habe ich noch vier mal oder fünf mal 90 da ausgegeben das ist dann nicht ganz so schlimm aber so hatte ich wenigstens dann das item der begierde das ist im moment oder heute oder diesmal in dem ereignis passiert der raketenspiel also eine ausrüstung für den royal champion die erste epische ausrüstung für den royal champion finde ich ganz gut ich kann nur noch nicht noch nicht wirklich was damit anfangen aber egal gespielt werden muss es sowieso aber es gibt diesmal keinen witzigen skin oder was auch immer also die medaillen kann man dann natürlich andersweitig verwenden wobei wie gesagt der hier auch nur bis 10.000 geht die anderen ging immer etwas länger aber ich kaufe jetzt erstmal gerade ein paar ereignispässe und zwar mache ich das dieses mal denke ich dran mache ich das diesmal im shop dass ich die dort kaufe im clash of clans store und zwar kann man da auch die eventpässe kaufen diese eventpässe kann man auch verschenken möchte die kann man auch verschenken wenn man möchte und dann tun wir die mal in den wagenkorb rein zack zack und check out einmal bezahlen ich grüben nicht mit damit sondern ich zahle damit zahlen sie mit dem guten namen zahlen sie mit dem guten namen ich sag dann immer ich heiße torsten ist der name gut genug um damit zu bezahlen da lassen die sich dann leider nicht mit abspeisen und ok so das dürfte jetzt ankommen sehr schön damit wir erstmal schon mal so ein bisschen drin haben hier in dem in dem was heißt klein pass in dem etwas größeren pass oder muss ich nur einloggen ane plus dessen ich habe es drei gekauft ich habe drei gekauft ja toll ich habe einen bauarbeitertrank dazu bekommen 25 juwelen 25 juwelen ihr seht das hier das ist halt der vorteil wenn du im im store kaufst kristall so ein bisschen noch was dazu und lohnt sich auf jeden fall in den store punkt supercell.com vorbeizuschauen wenn ihr denn schon kauft und dann kann ich auch gleich den ersten event pass hier verschenke und zwar an den an den avatar avatar bekommt immer von mir ein eigenes pass noch zusätzlich gespendet aber ich habe jetzt natürlich noch einen offen was machen wir was machen wir mit dem macht mir mal guten vorschlag macht mir mal guten vorschlag ich denke mal den verlosen wir wahrscheinlich wieder im live stream oder so dann haben wir einen über da müsste dann natürlich noch einen tag warten weil ihr müsst einen tag dann auch hier bei dem ding mein freund sein und wann geht das mal weg da dieses pinke da aber allein das was man ja jetzt schon abholen kann ist ja schon top gerade mit dem ausbildungsschub hier und jetzt haben wir schon 1.850 guck mal 3.100 kostet denn nur dann würde ich sagen gehen wir ein bisschen farm man muss super mauer brecher einsetzen und es gibt ja jetzt zu anfang noch nicht so viel von den super troop metals oder wie sie den auch immer heißen sondern eher etwas weniger der sieht eigentlich schon mal ganz gut aus aber wir brauchen ja wir brauchen eigentlich doch gold und elex der gold und elex brauchen wir immer für mauern ich muss noch mal machen das wisst ihr und der sieht auch schon ein bisschen besser aussieht da haben wir ein bisschen mehr elex ausbeute und gehen hier unten mal rein die mauer brecher in meinen truppen eigentlich zu setzen ist das kleinste übel glaube ich glaube ich eigentlich fast fast immer sowieso mit dabei so jetzt lassen wir die schnelle mal laufen nehmen wir bei den zweiten hier richtung adler und vielleicht auch jetzt schon dann sind wir nämlich schon am adler kompartment denn den würde ich ganz gerne raus bekommen ja ist klar toto spielte wo ich deine ganzen balance da wo eine queen ist das machte richtig sinn ok klar klar wo schon der kleine zu haben jetzt habe ich natürlich nichts mehr für meinen king aber vielleicht hier für die queen noch so ein gift dann nehmen wir das damit raus und ziehen hier unsere hohe ich habe meine kaserne vergessen jetzt hätte ich meine queen verloren aber auch nur fast aber noch irgendwo ein helden der darum springt aber wir haben unsichtbarkeitsrathaus okay ist nicht so schlimm wir haben jetzt schon 150 was müssen wir denn eigentlich machen damit wir noch mehr von denen von den eisteilen bekommen aber jetzt kriegen wir mehr 300 das rathaus muss fallen alles klar okay dann nehmen wir mal hocks und mehr hocks hier hinten aber ich glaube ich habe auch schon ein bisschen zu viel von den ganzen ärzten ich habe noch nichts wieder ausgegeben heute ist ganz ganz klein mal ein bisschen in games hau mit drin ich verzichte mal heute gänzlich auch musik ok dass ich habe super gerade hier in meiner klaren buch gehabt sehr schön also übergeht geht auch noch leute ich weiß ich habe ein bisschen zu heftig über die rootreiter geschimpft und natürlich habe ich euch nicht als deppen bezeichnet in einem kommentar sondern es ist nur meine meinung ihr könnt natürlich auch mit den rootreitern eine gewisse taktik an tag legen das mache ich ja auch jetzt haben wir noch mal 225 on top bekommen bilden die noch mal aus holen uns hier sinnvolle klaren buch dazu für unsere zweite attacke das müsste immer so sein 1234 die nehmen wir hier mit rennen und ich habe natürlich jetzt nur zwei wo das ist ein bisschen wenig 22 gut könnte ein bisschen wenig sein ein bisschen doof hier hat es mal dann immer alles kaputt machen kann oder muss auch das ist auch doof aber machen wir das so nehmen wir noch einen hut mit drin und wir haben ein zwei wurzel zauber dabei ihr kennt diese konstellation ich bin noch nicht doch 914 da geht noch einer einer geht noch nicht dass ich nach legende rein rutsche leute das wäre doof ok naja so ein bisschen clash of clients pause tat mir in jedem fall ganz gut jetzt die letzten beiden tage und mal nichts zu machen nach der nach nach der letzten woche ich habe ja auch ein bisschen was anderes teilweise noch zu tun und da ist es sicherlich mal schick dass ich ja mal einfach das spiel spiel sein lasse solltet ihr übrigens auch machen wenn ihr mal so eine kleine durchhänger phase habt und ihr habt überhaupt keine lust auf flash of friends dann lasst es auch einfach sein macht irgendwas anderes geht spazieren zockt irgendwas anderes oder oder habt an irgendeiner anderen sache große freude aber wenn der druck dann zu hoch wird und immer dieses muss 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 jetzt schon wieder mit dem event dieses muss 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 mit dem event dann hilft das nicht wirklich ok den immer mit hatte er gesagt und eigentlich mal ich könnte eigentlich mal mit dem chef hier los gehen ach ich bin der trottel vergesst es leute er war ziemlich unnötig gerade ich habe gedacht ich hätte ich hätte heiler dabei weit gefehlt würde ich sagen ok wo ist immer beide sachen dass sich jetzt ein bisschen durchgehen jetzt müssen wir gleich ein bisschen aufpassen hier hatten wir als letztes verloren aber ok wir haben heute noch jetzt kriege ich jetzt kriege ich natürlich nicht mehr nicht mehr die anderen weil ich das rathaus jetzt nicht mehr bekommen jetzt kriege ich nur 150 ok das ist natürlich ein bisschen wenig dann ok das ist ein bisschen wenig sehe ich ein aber besser ich meine wir kriegen jetzt noch die 225 glaube ich on top aber für das rathaus hätten auch noch mal 150 bekommen und ne kriege ich noch kriege ich auch noch eine bonus für die nutzung von supermauer ich ja eben habe ich glaube ich 225 bekommen oder täusche ich mich da eben habe ich dafür viel mehr bekommen dann würde ich sagen damit ich im flow bleibe gehe ich mal eben noch auf einen anderen account aber ich meine ich hätte eben den nehme ich an ich meine ich hätte eben eigentlich da dafür etwas mehr bekommen machen wir den eben mal hier kriege ich natürlich nur den pass die goodies kriege ich natürlich nur mit dem account mit dem ich auch kaufe und das hat mich jetzt gerade ein bisschen gewundert habe ich was mit blimp hier ja ich habe was mit blimp ok gehen wir mal rein in dem anderen dingen arbeiten die ja wenn ihr die dies event kann man glaube ich ab rathaus level 8 spielen wenn ihr also ein rathaus level 7 habt oder so könnt ihr dies event gar nicht mitmachen ich weiß gar nicht was das jetzt eigentlich für grund hatte ich meine das ist dass wir erst ab 8 hier naja macht nichts wir gehen rein wo gehen wir denn rennen gibt es da ich würde sagen wir gehen hier rein in werfe hat sich da auf die ecke schon eingeschossen jetzt was natürlich doof ist aber okay so ein paar sachen kriegen wir was nicht schlecht ist klingt sicherlich nicht alles das rathaus also ist recht nicht aber man kann nicht alles haben einen einen toten wird sterben ok naja es ist angekratzt aber es lebt noch ok alles klar gehen wir rein wir haben jetzt zwar einen weiten weg aber wir können das ruhig so machen auch hier bin ich mir im moment immer ein bisschen im unklaren was ich eigentlich tatsächlich equippe und wo ich meine punkte für ausgebe beziehungsweise meine medals ok jetzt haben wir hier schon die 300 mal sehen was wir gleich noch am bonus bekommen bin ich mal gespannt vielleicht gibt es natürlich auch ein bisschen mehr wenn ich obwohl ich habe eben schon mit kleineren accounts das event das event hier vorgespielt und da hat das auch nichts gebracht also schauen wir mal was wir hier jetzt gleich am bonus kriegen ob es 225 waren oder nur 75 weil ich meine ich habe mit einem kleinen account 225 dazu bekommen und nicht nur 75 wir zünden das mal hier auch hier habe ich ein paar hocks am start gleich rein in die riesenbombe oder sind eigentlich sind die ein bisschen schneller als die rudreiter naja da kommen sie auch ok da kommen sie auch und kleiner wie immer meine ausrede der hatte keine klanburg der hatte keine klanburg das ist ja immer meine ausrede und jetzt gucke ich mal was wir hier bekommen haben auch hier haben wir sogar 450 bekommen 450 habe ich das eben auch gekriegt bei den kleineren accounts oder ist das unterschiedlich wie viel man tatsächlich am ende bekommt könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben beziehungsweise ich werde es wohl ich werde es wohl herausfinden wenn ich das ganze ding hier weiterspiele erstmal hier ein bisschen weiter abholen und dann gucken wir mal was das spiel so bringt beziehungsweise auch wie ich mit den anderen account stehe wir sind auch wieder in klarkriegen auch da haben wir mal einen tag ausgesetzt ich hoffe das ist nicht ganz so schlimm gewesen für alle beteiligten wir spielen zweimal der zähne einmal bei den herausforderern und auch bei free to play ich glaube in der bande spielen wir im moment nicht ligavorbereitung ist ja fängt ja jetzt schon wieder an für die nächste liga aber dazu mache ich noch mal ein extra video dass ich so ein paar leute suche gerade im rathaus 16 bereich die uns unterstützen können aber dazu in einem anderen video mehr wenn euch diese folge gefallen hat dann lass mal einen daumen nach oben da abonniere nicht vergessen am kanal dran bleiben und dann sehen wir uns in weiteren videos bis dahin ciao ciao euer tuto klatscht